die bruderschaft zum sieg füllen wer ist die bruderschaft hier die bruderschaft für die bruderschaft ich möchte die bruderschaft kann man immer noch schießen eine bruderschaft denn die du da geraten form die neue bruderschaft die bruderschaft die bruderschaft ich bin bodyguards gewesen ach so von dem ist jetzt kaputt der pain so mit diesem doppel t kippt out ich mich als zwei also es gibt nur 1 t maxi das hat kein schaden genommen weil ich genau einen sidestep gemacht hast da wurde ich von einem trader kollegen die bruder du bist doch vor dem war bodyguard von maxi damit war ich auch t das ist so wie soll ich denn das wissen ja hier er ist in meiner bruderschaft das kann sich nur wissen weil du aber ich habe doch kunden auch von der rangen schrift die bruderschaft weil er glaube ich auch sein bodyguard war ne er hat ihn dann Bomber weil er spy war weil am ende der spy äh ich bin survivalist ach so ich bin survivalist ach so mach du schreit ich bin bald wo der ich bin aber ich bin survivalist was ist das 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 das was ist das was soll ich da steht ich habe nicht hier kein was auf dem warum leuchtet das da ohne es lohnt oder so schnell das wahnsinn wie ist wie aus pain angepisst worden da ist kein problem eigentlich kommenter oder warum willst du kein schaden du warsch irgendwas was ist die? du hast irgendwas ulkig jetzt was ist nicht ulkig? du bist schon mal initiiert hä? das ist ja nicht kaputt da da du Mörder AHH kann ich die aufheben? ja ja die ok ja genau hä? was ist mit dir? tschüss Leute wieso was ist jetzt los? ja warum schließt du auf mich, Kaffi? wie lange noch? steht er nicht was ist hier? was ist die linke Seite? ja ich habe einem gekillt und hab unheimlich die Pellen gekillt ich bin nämlich Spy und ich hab mal äh warte mal du bist Spy ja fragst dich aber wenn Items auf dich schießt warum er auf dich schießt äh weil ich gerade hier Dings Payne und Taudor gekillt hab ne und dann hab ich alles gekillt du hast Payne gekillt ich hab keinen Timer ich muss das bei jemandem töten weil ich dachte äh weil ich verwirrt hab warte kurz das ist wirklich so und dann hab ich Payne dann hab ich Taudor gekillt weil er hat mich mit der Pisse beworfen ich werf schon mal Mario ich bin schon mal ready ich hab schon mal scharf gemacht was kommt denn jetzt? äh auf mich schieß mal ey der hat doch noch äh verarsch mich nicht funktioniert nicht hm nehm 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 durch den julie die hochversuchst du den juli sehr wohl drei leute umgebracht und hat sie sich jetzt einfach so wo bist du denn ich bin das bei der vor deinen augen das gut ich kann ihn abbrennen ihr habt schuld ist daher gefunden was julium gebracht ne ich habe ihre weiche gefunden hat du sagst du mit eingeseift oder was hat man ganz gut hast du mich eingeseitzt nicht eine explosion entweder komische und ich wurde verarscht der nächste den sie kriegt eine golden die ich glaube ich bin verpackt ganz ruhig gleich haben die leiche bereit ein ritual okay und ich habe zu diesen übernommen und habe ich habe mich nicht mit du hast mich aber mit julie ist übernommen ich habe ein bisschen gestorben ich habe mich die melden geworfen ich habe mich die melden geworfen ja wie lange liegst du damit ja im boden geholt ich will nicht in die bruderschaft ja da bin ich gern was ist mir jetzt mit mir anders passiert ja was in die bruderschaft machen sie mal die tür auf hätte er kurz gewartet wäre die bruderschaft noch geiler geworden ja randomizer kein fall da wurde aber mit randomizer geschossen das war ja eine shotgun kam mir entgegen mir kam halt echt auto entgegen nee jacal fehlt noch ja wow es lehnen noch 10 oder und der jacal fehlt ja okay warum hast du mich erschossen maxi ich habe nicht ganz die kontrolle über mich selbst ok polsicheres glas maxi wir sind ein team da ist es für dich dann bist du bei ne bist du bei nein mein klingt auch geil sind aber egal wenn selbst es gerade ausgeht zur schwersten aufgabe welt wert ich habe es nicht gesehen natürlich war es zwei es war keine explosion schaden ja und dann gibt es aber nach der runde schon ich habe es zu spät gecheckt hallo hallo der jochen hallo ja der jochen klang echt eins zu eins habe ich auch von ihm genommen den zau sampler steve 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 hast du gesagt nein wohnst du mal jemand anderem schlägt das war zu spät hallo 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 wir hatten schon Zeit gegen ohne sich dabei war hallo 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 ma hallo 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 bla ich habe nicht gesehen ich weiß nicht was er hat er hat uns kam aus dem raum daraus wo man gerade eben wo marco gerade eben mich noch gerade so leben lassen hat wegen dem einkommen also übereinkommen und du hast kein konfirm von den ganzen auf den habe ich auch erschossen wir liegen auch noch 100 leichen mehr weil ich gerade da weggelaufen bin wo ein maro mich exekutieren wollte nehme ich doch direkt mit oder wir waren so langweilig mit seinem prop gun da wer wohl kaputt wer war es ja wenn er von mir vor mir nicht wahr und ich weiß was ich meine ja sorry dass ich den liefst aber alles richtig vor allem nicht von der pfeife was ist jetzt sniffer was bist du nicht da Hey, Salzine. Salzinchen, holst du es dann endlich mal? Ja, aber wenn du Priester bist, holst du es dann endlich mal? Hey, Prinzessin, Würmchen, holst du es dann endlich? Ja, wir müssen mal. Was? Zweide Priester. Wir üben die Ulkigkeit. Ja, das kannst du ja löschen. Hast du was Ulkiges dabei? Ein Verlust von der... Eine Disco? Warte, jetzt versuch noch mal. Was? Nee, lass die werfen, wenn die Leute da sind, komm. Ich hab's ja wohl schon... Erlebt noch. Erlebt noch! Ich wollte gerade sagen, ich hab's ja gerade gechargt. Ich pepp ihn wieder auf. Ich pepp ihn wieder auf. Da! Fertig. Der war 5% fültig. So, was geht? So, was seid ihr denn jetzt? Der Verräter hat sich abgeschlecht. Was ist denn passiert? Ich kann nur mit der Diegel rumliegen. Hallo, Maro. Da ist ein Tauter. Was? Ich hab den Feuerlöscher-Check gemacht. Okay, hab ihn. Eben, haben wir die Warten auf dem Zug? Okay, und der Feuerlöscher... Au! Gott, ey, Gott! Der Constructor läuft da oben. Der Zug ist angekommen. Juli, was hast du für Kisten gebaut? Ja, von mir aus gerne. Ich hab's da nichts gemacht. Ich hab's da nichts geschossen. Das ist ja alles grün. Oh, das ist gut hier. Gras. Gras, gras. Warte mal, hier legt jemand. Jetzt sind wir ein Kisten. Aber den haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Aber der kann uns für die Zukunft weiterhelfen. Der magische Feuerlöscher wird weiterhin überführen. Wir testen das jetzt und der überführt. So. Hey, das ist weg. Oh, okay. Jetzt haben wir Juli getestet. Oh, nein, Juli. Ich werde immer gekillt. Ich werde immer gekillt. Das dauert wirklich lange. Hey, überführt! Ah! Ah! Der hat vom Zug mitgenommen. Ich lebe! Oh, ja. Das sieht so aus. Das war aber nicht gut, wenn der vom Zug mitgenommen hat. Der Arme Pay. Was hab ich gesagt? Das ist Inno. Ich hab's noch getestet. Der wurde gekillt. In der Ecke. Ah, auch Inno. Der sieht sehr traitorig aus. Findest du nicht auch so? Arme Pay. Warte. Er war so jung. Ich glaube, er ist tot. Ich glaube. Hast du gut gemacht. Es gibt einen Traitor getötet. Oh, ich glaube, du hast was explodiert. Der hat die Exklusivrechte an dem Ganzen. Hier ist noch eine Leiche. Hier, ich confirm sie nicht. Ich war's. Hey, wir sind angekommen. Wir waren die ganze Zeit nicht ganz krass. Was ist denn hier kaputt? Was ist denn hier kaputt? Was ist denn hier? Oh, shit. Ich bin einfach. Ich bin in der Richtung. Haben wir dabei. Ja, das ist jetzt Constructor. Aber der war ja auch böse im Grund. Ich schieße jetzt gleich. Was auf wen schießt du? Ja, nein, jetzt auf alle. Ab. Ab jetzt geht's los. Ja, aber nicht auf Kapuze bitte, ne? Doch, auf alle. Kapuze ist unschuldig. Ich werde jetzt schießen. Warte mal, ich mach einen Fake-Tester. Okay, dann bist du Trader. Gibst du auf? Na ja, du hast viel lange Leben gelaufen, so. Ich mach mal böse da. Au! Aber machen uns E-Mails. Was passiert hier? Ich hatte keine Angst. Ich hatte keine Angst. Wir können ja nur nicht alle Spaß bei unserer Reise. Wir sind dem Zug nachgelaufen. Sorry, Maru. Wer hat die Fässer gesporen? Der Faszinator. Da haben wir noch so viele Innos, einer muss die Tür aufmachen. Es gibt wirklich... Ah, okay. Wie lange haben wir den Schirm schwülzt? Bond ist dann auf der Stelle, wo ich schüttle. Sie haben auch noch Kisten über als Bond. Sie ziehen. Sie sind im Sichtfeld von einem mit dem pinken Hammer der Hand und baut Kisten. Schön, dass sie da sind. Ich auch nicht. Und? Was war's? Ja, ich war Traitor. Haben sie es? Aber wir haben schon einen Zug geschossen. Ich habe einen Zug geschossen. Nein, 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 nein. Ne, ne, ne. Und ding, ne, ne, ne. Pass Title, mach den wussisch. Oigos. Oh, guck mal, da kommt nochang ihr. Oh, oh Gott. Ah, charte war effect auf der und Black hat Kapuze überconomen. Kapuzen absolument solid. weiß ich nicht also ja jetzt geht's los wo hat er denn jetzt eigentlich an zwei konfirm ist bestimmt t also ich glaube wer war im zeitblick warum hat er ihn also wusste man das keine das ist ein max hier rote mikrowelle auf dem kopf hast du die angemalt voll explosive mikrowelle jetzt nur weil ich traiter bin wer will im wunsch mal das lustige ice knife boomerang spiel spiel du wirst in der mitte des raumes eingefroren dann gucken wir wieder das ist für jedermann 99 jetzt ist die grün maru mit das eis los geht überleben hier kann einer mal hier zu mir kommen ich habe hier ja weil die leben nicht von dir nicht effektiv ich werfe jetzt durchs haus und wir gucken was passiert es ist ein baby oh es hängt geblieben wo ist unser dritter mann was hat denn die was hat denn komische für eine range das ist ja unglaublich ich werde mich nicht berühren du meinst thomas der kommt gerade auf das 2 an leute wenn euch das komische würde dir gefallen das gleiche schau mal einfach mal bis dahin macht es gut Spaß das geht das geht das geht das geht Bis zum nächsten Mal.